Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Session. Ähm, gut. Ich hab mich... Was heißt informiert? Ich hab mir überlegt, wie wir hier weiterkommen. Und ich weiß es. Zur Info, die letzte Aufnahme war gestern. Ich musste mal drauf kommen, ne? Hahaha. Gut. Haben wir uns gestern so schwer getrunen. Ich wusste nur, warum. Boah, es spielt laut bei mir. Ich hab's bei mir lokal sehr weit niedergedreht. Und hier ist es sehr leise. Okay. Wird mal erst nach rechts gehen sollen? Ähm, eins. Prima. ich bin schon tot wie komm ich nicht hier raus ach ich muss bestimmt das Götter holen boah ich hätte mich jetzt trotzdem mal interessiert was auf der anderen Seite gewesen wäre da läuft irgendwie komisch was ist so ein Buckel so ach nicht so was schon wieder ach fast na gut noch mal ganz easy das Spiel so leichter wie ich gedacht hab so leichter wie Limbo ok ich will noch nichts zuvor sagen müssen erst ungefähr ich hasse also bei der Hälfte oh Gott nein ich sehe schon was da von uns will ne ne warte mal ich glaube ich stellen wir es gerade wieder zu schwer vor oh nein was sind das vor vier kann man es niemand sagen schon jetzt die Klingel geht professionell ich glaube wir müssen erst hier rauf ziehen so so den Trick kennen wir ja schon hoho da geh ich nicht warte mal muss ich da rein ach ich muss da rein ach prima Gotteswinter kommt er jetzt schon fast um das war so klar das war so das war so können wir da irgendwie hoch auf die leiter dort reicht es ja einfach nie aus das ist das ist selber das ist schon wieder ein anderes ne prima nur wo ist knapp ich sieht hier kommen die mitnehmen du musst es um so knapp sein ich glaube das war jetzt nicht so schlau oder zu langsam so noch langsam es ist ja gar nichts ich warte mal wir sind ja erst hier Hä, wo viel ist denn das da? Ne Sagen wir uns hier, dafür können wir uns ein bisschen Zeit verschaffen Oh Oh Nicht sowas hasse, wenn das so richtig knapp ist Ich glaube in Realität wird das auch nicht auf den ersten Anhieb schaffen Obwohl da hat man nur einen Versuch In der Realität Nichts mit dem ersten Anhieb Ihr pusht alles zusammen Was ist denn hier los? Wo wollen wir denn überhaupt hin? Wir spielen es seit über zwei Stunden Und wir wissen nicht, wo wir hin müssen Oh, das war so klar Oh, wie ist das viel hasse Aber wundert mich, dass es mit der Kette so funktioniert hat Jetzt müssen wir mal wieder ins Wasser Hä? Oh ne es ist immer es passiert so eine Situation es passiert wie zum Beispiel jetzt gerade hier machen die Luca auf, wir drücken den Knopf und durchschwimmen, das Vieh packt uns dann denke ich immer so, oh man das wird so eine Szene sein, wo du eine Ewigkeit dran brauchst aber ich will auch nicht anfangen mit Schneiden schwer, dass ihr das Erlebnis habt und dann wenn ich den Respawn habe, dann fällt mir ein, wie wir es machen können aber ich glaube ich verrate das immer nicht also ich verrate das nie und zwar müssen wir jetzt hier den Knopf drücken, müssen hier wieder rausspringen müssen hinten reinspringen, dann macht das Vieh hinten hin und dann kommen wir gerade so durch oh, ei, ei, ei das war knapp ich bringe mich jetzt hier ins Wasser rein oh, nein ach, das gibt's ne da, da schwimmt's sehr präzise nochmal manchmal reagiert das sehr genau auf die Maus auf die Tastatur, aber manchmal auch nicht so oh man komm nicht erst weit runter schwimmen hä hä ach, wir müssen das Tor zumachen ach, verdammt was hat ich wieder so den Gedanken immer so da im Moment, wo man denkt, jetzt geht's nicht weiter, jetzt schafft man es nicht mehr hört's viel wenigstens kommen ich würde schon wieder, ich hätte ein anderes T-Shirt anziehen sollen also das heißt anderes T-Shirt, ich habe ein Hemd an also hier so ein gutes Ausgehemd, wisst schon rot kariert das noch von der Berufsschule, ja, und der Berufsschule ziehe Schemden an los, los oh ja, und nur ah oh mein